Die neue Welle. Zehn Fragen in 60 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Legen wir los. Dein Lieblingsessen. Alles, was meine Frau so kocht. Dein Lieblingsgetränk? Eine schöne kalte Cola Light kann eigentlich nichts schlagen. Mit wem wolltest du schon immer mal zusammenkicken? Das ist schwer. Cristiano Ronaldo. Dein Lieblingsauto? Das wäre eine A8. Dein Lieblingsschauspieler? Johnny Depp. Dein Lieblingsmusiker oder vielleicht auch Lieblingsband? Das ist schwer. Ich höre eigentlich querbeet, viel Hip-Hop, Haus, Deutschrap in die Richtung. Dein Lieblingsfilm? Ich schaue eher Serien. Game of Thrones ist der Favorit. Hast du ein Haustier? Ja, zwei Katzen aus dem Tierheim. Eine blind, eine taub. Wo machst du am liebsten Urlaub? Im Winter in unserem Stammhotel in Österreich und im Sommer darfst du gerne auch mal am Strand sein. Und wo trifft man dich in Karlsruhe, dein Lieblingsfleckchen? Momentan wegen den Schlosslechtsspielen vorm Schloss. Danke, René. Danke.